servus und willkommen zurück in der bundesfilm anstalt zu einem neuen video schön dass ihr wieder dabei seid und heute geht es einmal nicht um einen film oder sonst irgendwas sondern heute ist release day es ist release day und zwar von amazon hat es so geschickt immer ein papperdeckel karton außenrum ist nicht mehr so angesagt haben wir einfach die verpackung originalen platzern versandaufkleber drauf und verschicken so wenn ich jetzt schaue da ist überall schon folienriss und so ich glaube der verpackung fitness folienriss und so das ist nichts mehr wert ich meine schaut es einmal in die mediasammlergruppen oder so da habe ich jetzt gestern erst wieder diskussion gelesen da ging es um die qualität der verpackungsfolie der einschweißvoll ist kannst du nicht ausdenken aber so hat amazon ist auf jeden fall verschickt und es ist natürlich dead island 2 die edition für pc natürlich ich spiel das auf pc ich spiele keine scheiß konsolen brauche ich nicht will ich nicht ich will es gescheit haben und zwar natürlich hier in der da pg edition also in der uncut fassung die 18 es gibt der 18 erfassung davon die ist leicht zensiert da kann man irgendwie nicht so mit dem ragdoll system rum spielen das ist die völlig unsensierte pg fassung und die werden wir auch zusammen spielen aufgabe es ist bereits geplant ich möchte heute zum zum einsteigen fürs wochenende möchte schon gleich einmal reinschauen in das spiel mit euch zusammen live ja nicht allzu lang schauen mal so stunden eine halbe stunden vielleicht einfach mal ein bisschen anspielen ich möchte es antesten dead island 2 der offizielle nachfolger von dead island aus dem jahr 2011 damals noch von tech land entwickelt ja auch auf der damaligen engine habe gespielt war super geiles spiel danach kam er 2013 noch dead island riptide raus das habe ich ein bisschen gespielt fand ich aber ehrlich gesagt nicht immer so geil ja und jetzt eben seit heute erhältlich ja von jetzt aber von den buster studios also nicht mehr von tech land aber auch wieder publisher ist ja auch wieder deep silver jetzt kommt dead island 2 und wir schauen uns jetzt erst einmal bevor es dort heute abend ins gameplay geht und ich hoffe ihr seid dann alle mit dabei schauen wir uns erst einmal an was diese das ist ja praktisch die collectors edition von dem ganzen recht kompakt ich habe ich doch dass die schachtel größer ist aber sie ist nicht größer wir schauen uns jetzt schnell an zusammen in der detail ansicht also bis gleich so da ist sie die gute box nur passt wunderbar drauf von der größe her jetzt melden wir einfach mal diese eingerissene folie darunter jetzt ist ja gar nichts mehr wert weil wenn die folie ab ist kompletter wertverlust schaut zumindest gut aus die post hat anscheinend nichts zermädelt ja und dann haben wir das mal ganz wunderbar so dort das ist praktisch ja das ist in so einem gott die ecke ok das also was soll man tun was soll man tun so sieht man es nicht passt ja da ist ein bisschen herkommen man darf nicht so bin ich sein heutzutage darf man einfach nicht nicht mehr ganz so bin ich sein ja übrigens 89 99 bezahlt das habe ich vorgestellt irgendwann letztes jahr glaube ich irgendwann und die normale pc version kostet glaube ich auch schon 70 euro also 20 euro preisunterschied in etwa gibt es immer noch bei amazon aber ich glaube nur über dritt anbieter und da kostet 100 ja ich weiß nicht pc spiele werden heute auch immer teurer die konsolen versionen sind ja noch teurer und ich habe mir ehrlich gesagt auch schon lange keine kein pc spiel mehr als box version kauft ich lade meistens aufs team runter und aber die wollte jetzt mal haben vor allem aber der erste teil hat also gut gefallen hat und da hinten haben wir natürlich jetzt auf diesem super die beschreibung darauf spiegelt jetzt wieder wie die solche das ist so ein plastik schule doch mit ein paar fotos drauf überlebe hell a und da drin haben wir jetzt ein exklusives steelbook samt ist gemeint gut ist praktisch kein mensch ja erweiterungspass reiseplan für wenn es bild sechs schlechter tarot karten sechs anstecker ein aufnäher gold waffen paket pulp waffen paket das wären in game sachen sein charakter pakete 1 und 2 bandy reminiscenz paket was auch immer das ist da hinten steht pegi drauf ja schimpfwörter kommen vor und gewalt super da ist der barcode ganz hervorragend genau was sind eigentlich die system voraussetzungen das ganze läuft ja inzwischen auf unreal engine 4 bin gespannt komplex läuft ja auf unreal engine 4 ja ich glaube dass das kriegen wir hin habe ich da irgendwie so reisen irgendwo so wie alles radio und soviel video raum ob ich nicht aber wir werden wir werden sie hinkriegen bis jetzt ist alles gut ganz gut laufen jetzt machen wir einfach mal dort in schule ab wie gesagt es ist so ja einfach so ok super aus kunststoff der darüber ist und werde ich da kommen dann so hinstellen einwand frei oder darunter aber dann die schachtel mit der augen angestoßen ecke danke amazon ihr füchse ja das kannst du da nicht ausdenken bei schachteln brauchen wollten wir ja aber ansonsten schatz eigentlich ganz gut dass es nicht ist nicht groß was passiert jetzt muss ich mal schauen wie man die aufmacht nämlich echt für keine ahnung wie man dort diese das ist das ist ein schubladen ok was sind eigentlich auf der rückseite da schaut so aus ist irgendwie das bootlack drauf oder so ist farblich recht nett gestaltet dead island 2 und da haben wir das als schublade und da kommen wir jetzt den ganzen zeug da so genau so steht es dann praktisch genauso und da haben wir dann unsere in der schublade aber dann unser ganzes zeug drin cool oder so wäre noch nicht gesehen naja so damit erst einmal die bock jetzt nicht aus weil es jetzt ist ja das sind so lustige ansteck pins die kommen sie irgendwo hin mädeln da so totenkopfkirschen und ein hei genau der pins halt einfach und was haben wir da ein umschlag mit totenköpfen drauf die schaut ja vielversprechend aus oder also in dem umschlag ist wahrscheinlich irgendwas drin wir schauen mal rein was da drin ist aus wenigstens eine zu aber das sind diese tarot karten glaube ich oder genau stärke das ist so mit metallik ich weiß nicht ob man das gut sehen kann aber das ist mit da unten bei strange weil er da sieht man dass das metallik ist dicker karton auf der rückseite schaut natürlich immer so aus ist eh klar stärke was ist das der hermit der hermit ich habe keine ahnung das ist der hermit anscheinend ja dann warte mal ein bisschen blicken die zusammen oder was ja ja warte mal wenn etwas denn war das auch zum blick oder was ja ja ok da hat man dann zwei praktisch das sind zwei die geben da so ein bisserl zusammen ist der hermit dann auch zweimal drin oder was also dies zweimal drin da stärke und dann haben wir da eben der hermit da haben wir dann lovers so schaut es aus schön gestaltet will of fortune also da kann man sich dann praktisch einfach die karten liegende die emperor und wird auch sehr schön also paar nette tarot karten ja im umschlag wo dann ein bisserl tarot spielen wenn man das möchte so fummeln wir wieder rein das passt auf jeden fall so was haben wir dann was ist denn das wenn es beach was ist das your guide to when is beach ok das ist also die größte muss man jetzt heute mal auf melden das hilft nichts das hilft jetzt nichts mehr wollen sie uns ja anschauen leute wir wollen sie uns ja anschauen wir sind ja keine vp song über die sachen ja auch benutzen zumindest einmal anschauen ja so your guide to when is beach das krim und ist schnell ein bisserl auf zeiten so gott hoffentlich meintes riegel jetzt gar nicht auf kamera drauf also da kommen wir das auf jeden fall dann so das ist ein größer etwas gräser ist der touro plan ja 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 ok 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 also da haben wir praktisch einen schönen ja startplan mit hier wo man dann sieht was da überall gibt es ein ganz interessantes papier eigentlich so gibt es doch keine ahnung also damals ein bisschen am plan und auf der rückseite los angeles don't just dream be it da haben wir dann irgendwelche anomal so ein bisschen ja wir konnte heute einfach so schaut es da kann man wahrscheinlich noch schauen wo man hin muss also ein guide to venice beach haben wir auf jeden fall mit dabei genau und was haben wir noch und dann also so schaut es dann aus so ist das alles drin da und da ist natürlich einer so ihr kennt das oder dort diese silica gel dass das nicht feucht wird dort ist alles und dann haben wir da unser steelbook unser schönes steelbook steht nichts drauf vorne ist in hochglanz in lila gehalten mit ein bisschen so da am gürtel seht ihr das da haben wir so ein bisschen metallik effekt drin und dabei die spikes und so und auch bei dem bladler bei dem sägebladler ist das ein bisschen in metallik rückseite haben wir so auch sehr schön folgt man eigentlich von der farbgestaltung jetzt wird schön rosa und lila dafür die mädels nur dass das bein da steht aber zwei drauf da haben wir dann wahrscheinlich durchgehendes artwerk wahrscheinlich haben wir durchgehendes artwerk genauso schaut nämlich aus einmal durchgehendes artwerk bitte hervorragend und innen haben wir dann so muss ich aufpassen da ist nämlich mal spiele dinge erinnern ja code heute zum installieren ist bescheid also das spiel code und die ganzen also das sind jetzt praktisch die kann ich jetzt nicht zeigen dass jetzt die ganzen gut ist drin und heute für das spiel die ganzen kies die mal braucht ich kann so jetzt war doch mal ich zeige es euch mal so also da haben wir natürlich jetzt das ist irgendwie für das zeug da was kriegt man da waffen wahrscheinlich kurz das ist der expansion pass das sind irgendwelche waffen und normal waffen und normal waffen die da mit dabei sind das sind diese ganzen im game sachen und dann haben wir da natürlich den ja den coach fürs spiel okay passt okay beziehungsweise den key fürs spiel natürlich und da haben wir natürlich jetzt das spiel drin ganz normal so schaut es aus sagt das ist die pg fassung die absolut umschnittene und das ist der innen druck doch warum nicht das ist doch ganz ganz hervorragend sehr schön ob man das aber da rein für später noch brauchen ja schönes die wog und damit ist die edition leer also das kriegt sie jetzt praktisch das ganze zeug da desto und desto und die tarot karten und den plan da und so das kriegt sie praktisch alles da für 90 beziehungsweise jetzt 100 euro ob sie ihm das wert ist ja weiß ich nicht auf jeden fall sehen wir uns jetzt gleich noch mal in der normal ansicht quasi also das ist sie die edition von der allen 2 und wenn es bock hat wie gesagt dann schaut es heute abend in den stream rein ja ankündigung kommt noch schauen wir mal das stündchen rein ich will es jetzt gleich installieren und dass man dann auch ein bisschen loslegen können oder ich würde sagen ja wenn sie bock drauf hat ich würde mich freuen wenn es dabei sein ansonsten das ist die edition so viel kurs ob sie sagen wo es mit selber wissen ich freue mich auf jeden fall riesig auf das spiel so und das war jetzt also das unboxing schreibt mir eure meinung in die kommentare seit sie auch zocker zockt sie auf konsolen sagt sie auf pc schaut sie gerne gaming streams anschauen ja und gibt es im video gerne ein daumen hoch oder daumen runter je nachdem wie euch das video gefallen hat und ansonsten verlinkt euch da noch was zum anschauen da können sie den kanal abonnieren wenn sie es noch nicht macht habt und ich sehe gerade ich habe gerade meine beleuchtung irgendwo anders hingedreht aber es ist wurscht ich glaube ihr habt es trotzdem gesehen ich bin also du das kannst du auch nicht ausdenken auf jeden fall ich hoffe es immer später macht's gut bis denn ciao und servus